Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Infizierte, Warper oder lieber Zombie? Egal, Hauptsache Untote. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Dead Nerds Talking. Und hier sind eure sprechenden Untoten. Hier sind Chris und Andreas. Herzlich willkommen zu Dead Nerds Talking, eurem Walking Dead und Last of Us und sonstige Untoten, was auch immer. Es sind so wieder so viele neue Namen für Walker in The Once Who Live aufgetaucht. Und für alle, die jetzt hier reinschalten, denken so, hä, was, wie, wo? Wir reden über The Walking Dead, The Once Who Live, alle 14 Tage, zwei Folgen. Mein Name ist Chris und mit mir dabei der beste Untote-Gesprächspartner, den man sich nur wünschen kann. Der liebe Andreas, hallo. Hallo Chris. Aber ich muss sagen, ehrlich gesagt, von uns beiden hörst du dich gerade eher wie ein Untoter an. Ja, ich bin so eine Mischung aus verkatert und verschnupft. Aber bevor ihr jetzt glaubt, ich hätte mir den Schnupfen irgendwie vielleicht auf der Toilette eines Düsseldorfer Nobelclubs eingefangen. Nein, es ist, glaube ich, beim Nasepudern, beim Nasepudern, ja, Schneidze in L.A. Nein, den Gag habe ich übrigens jahrelang nicht verstanden, gell. Ah, okay. Ja, das ist das, weil du so, weil du so unschuldig bist. Absolut, absolut. Ja, wann habe ich, wann habe ich Die Hard das erste Mal gesehen, keine Ahnung, 10, 11 oder sowas, ne. Und hat eine ganze Weile gedauert, bis ich diesen Schneidze in L.A. Gag, der ist auch nur auf Deutsch. Auf Englisch sagt er was anderes. Ich glaube, auf Englisch sagt er, glaube ich, gar nichts. Er weist ihn halt nur so ein bisschen auf das Puder um die Nase hin. Und auf Deutsch ist, glaube ich, noch dieses Satz. Aber wir schweifen wieder ab in der Rede. Mal wieder. Mal wieder. Ich habe eine kleine Ankündigung zu machen. Wer mich und den lieben Chris Quitschke von Last Geek Tonight live sehen möchte, der kann das tun. Am 20.04. in Essen im Rabbit Hole Theater. Dort gibt es eine weitere Ausgabe von Nerdy Christmas live. Und sogar anlässlich meines Geburtstages. Also wir verbinden das so ein bisschen. Wir feiern meinen Geburtstag. Und werden dabei auch eine kleine Live-Show machen. Der Gast, der steht auch schon fest. Das ist nämlich niemand anderes als Papa Basti und seine Familie. Hier, es kommt aber nur der Papa Basti, der ist auf TikTok. Ich glaube, ich hatte 1,4 Millionen Follower. Er twitcht jeden Sonntagmorgen von über 30.000 Leuten. Spielt er Fortnite. Ich glaube, er hat auch 90.000 Follower auf Twitch. Ihr findet ihn auf Insta überall. Schaut einfach mal. Der gute Basti war auch schon hier im Podcast ein paar Mal zu Gast. Wir haben mit ihm gesprochen über, auf jeden Fall über Masters of the Universe. Da war er auf jeden Fall dabei. Und ich glaube, bei der ein oder anderen Marvel-Besprechung. Also es wird fantastisch nerdig. Das könnt ihr euch ein Ticket reservieren unter rabbithole-theater.de oder rabbithole-theater.de. Weiß ich gerade nicht genau. Und dort klickt ihr einfach oben auf Nadi Christmas. Es gibt sogar Dreier-Tickets zum Preis. Drei Vorstellungen zum Preis von zwei. Also wir machen ja noch zwei weitere Shows. Da gibt es auch schon tolle Gäste, die zugesagt haben. Also von daher würde es mich freuen. Es sind noch ungefähr 20 Tickets verfügbar. Also es ist kein großes Theater. Deswegen schießt euch da schnell eins. Am 20.04. in Essen ist ein Samstag. Und im Anschluss gibt es noch eine schöne Party. Was will man mehr? Andreas, du kommst doch sicher auch, oder? Am 20.04. nicht. Aber ich hoffe, dass ich mal die Christmas-Nummer mal miterleben kann. Also ich höre nur Gutes davon. Und ich sehe dann immer so ein paar Videos. Und diese Stimmung, die ist auch richtig, richtig toll. Also ich habe richtig Bock, auch mal dabei zu sein. Am 20.04. passt es leider nicht. Aber ich freue mich natürlich, deinen Geburtstag vielleicht aus der Ferne dir mal ab und zu eine Nachricht zu schreiben. Das ist sehr lieb von dir. Es werden nur manche Leute mit Waffengewalt gezwungen zu kommen. Die nächsten Termine stehen auch schon fest. Das ist Samstag, der 18.05. Auch wieder 20 Uhr. Da haben wir auch einen sehr, sehr bekannten Internet-Comedian als Gast. Und dann steht der 22. Juni, 20 Uhr. Auch wieder ein Samstag. Steht auch fest. Aber natürlich, sag ich mal, zur Auftakt-Show wäre es natürlich richtig cool, weil es auch mein Geburtstag ist. Also von daher kommt alle vorbei. So, genug der schamlosen Eigenwerbung. Hüpfen wir noch einmal etwas zurück zum letzten Mal, als wir uns gehört haben und da sogar auch gesehen. Da haben wir ja gesprochen über Daryl Dixon und Dead City. Und inzwischen sind ja auch so ein bisschen die ganzen Rotten-Tomatoes-Bewertungen jetzt so alle so ein bisschen gesettelt und so. Und nur mal so nach der Vollständigkeit halte, weil ich das beim letzten Mal, glaube ich, vergessen hatte. Also Daryl Dixon hatte einen Average-Score-Critics von 71 und einen Audience-Score von 67. Also eher so mittelmäßig und ich fand es ja auch nicht so dolle. Und dazu haben wir auch eine Feedback-Mail gekriegt vom guten L. Mercy, die wollen wir uns nochmal vorlesen. Hallo Chris und Andreas, cool, dass ihr das durchzieht mit The Walking Dead und witzig nach so langer Zeit von meiner E-Mail zu hören. Ja, das war ja die E-Mail, wie viele Menschen kann man mit dem Central Park ernähren? Lieber L. Mercy, wir werden jetzt nicht nochmal auf deine Anmerkungen zu Staffel 11 eingehen, sondern springen gleich mal zu deiner Kritik oder zu deinen Anmerkungen zur Daryl Dixon-Serie. Daryl Dixon hat mich auch nicht wirklich gefesselt. Es ging mir wie Chris, ich habe mich eher durchgequält, Anspielungen auf einen in Frankreich menschengemachten Virus gab es wohl nicht. Ich höre noch einen englischen Podcast, da wird jede Folge haarklein analysiert und die haben auch nichts davon erwähnt. Ehrlich gesagt, ohne die Podcasts würde ich die Spin-Off wahrscheinlich gar nicht schauen. Tatsächlich seid ihr der einzig verbliebene deutsche Walking Dead-Podcast, aber natürlich der Beste. Auch Serien-Junkies hat zu beiden Serien ein oder zwei Folgen gemacht, bis Daniel L. Mercy. PS at Andreas ist nicht das Menschenbild von Robert Kirkman. Das ist die Menschen nicht auf die Reihe bekommen, wieder eine gesittete Zivilisation aufzubauen. In Comic gelingt ihnen das. Nachdem Negan besiegt ist, baut Rick sein Reich auf. Dann geht er zum Commonwealth und zivilisiert auch das. Am Ende baut Eugene eine Eisenbahnlinie zur Westküste. Aha. Ja, dann ist aber gespannt, dann fände ich spannend, woher das denn kommt. Also Greg Nicotero hat da ja immer noch seine Finger im Spiel irgendwie als, keine Ahnung, als Hauptproduzent oder sowas. Also vielleicht kommt das von ihm. Aber ich finde es schon spannend, dass dann in den Comics quasi die Rehabilitation der Menschheit gelingt und in den Serien nicht. Also das ist schon interessant. Ja, wobei hier ist ja mal, wir greifen noch nicht auf The One to Live vor. Er hat auch noch eine Mail geschrieben zur Dead City Show. Auch da gucken wir uns eben nochmal kurz den Rotten Tomatoes Score an, weil den haben wir euch beim letzten Mal auch nicht erwähnt. 80 Prozent Critics und 77 Prozent Audience. Also ein bisschen besser. Das ist irritierend für mich. Ja, der Trend ist not your friend. Nein, das sieht man. Auch dazu hat Elmercy ein paar Anmerkungen. Hallo ihr beiden. Ich als bekennender Niegenhasser konnte mit Dead City nichts wirklich anfangen. Dafür war euer Podcast aber sehr unterhaltsam. Ja, es kann auch daran liegen, dass ich zumindest leicht betrunken wurde, je mehr Podcast ging. Ich weiß gar nicht, ob man das so raushört. Genau dieselben Fragen wie Andreas habe ich mir auch gestellt. Wovon ernähren sich die eigentlich in Manhattan? Warum würde da jemand leben wollen? Leider geht The Walking Dead in diesem Spin-Off auf solche Fragen nicht mehr ein. Eine Community, die auf Hochhäusern wohnt, Vertical Gardening betreibt und Seilbahnen benutzt, wäre bestimmt interessant gewesen. Ja, es wäre echt mal was Neues gewesen. Warum? Warum Maggie und Negan in Dead City sind, das war völlig an den Haaren herbeigezogen. Warum der Kroate nicht Negans Kind entführt, um Negan anzulocken, keine Ahnung. Warum ausgerechnet Herschel? Wie kam er auf die Idee, dass Maggie Negan herbeischaffen kann? Er weiß doch gar nicht, dass Maggie und Negan keine Todfeinde mehr sind. Und die Begründung, warum Negan seine Familie verlassen hat, war auch ziemlich dünn. Und sie hätten es so drehen sollen, dass Maggie Negan verspricht, ihm zu vergeben, wenn er Herschel rettet. Das ewige Gezicke zwischen den beiden hätten wir dann auch endlich hinter uns gehabt. Ja, das kann man so zusammenfassen. Aber ich bin, ja, wird es da eine zweite Staffel von geben? Weiß ich gar nicht genau. Ist da irgendwas angesagt? Es ist, glaube ich, zu beiden nicht wirklich konkret was angesagt. Okay, gut. Ich hätte gedacht, die Civil Republic sind die Reste der offiziellen US-Regierung. Das CRM scheint das US-Militär zu sein. Die haben keine Musketen aus den Museen. Ich sehe da ein wenig schwarz für die französische Weltherrschaft. Bis zum nächsten Zombie-Podcast. Elmercy. Ja, vielen Dank, Elmercy, auf jeden Fall für diese Rückmeldung. Tja, was soll ich sagen? Ich stimme ja grundsätzlich dazu, dass Dead City eben für mich nicht das Gelbe vom Ei war. Aber mir hat halt Daryl Dixon dann noch ein bisschen besser gefallen. Keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt. Daryl Dixon geht auf jeden Fall weiter. Und Staffel 2 hat sogar einen Beinamen gehabt, der uns schon ein bisschen was spoilert, könnte man sagen. Denn Staffel 2 trägt den Beinamen The Book of Carol. Oha, oha. Ach, das ist ja erst nicht Carol im Englischen. Und auch Christmas Carol. Carol of the Bells. Das ist wahrscheinlich ein Choral, oder? Genau, ein Choral. Richtig. Ganz genau. Ach, das wird ja. Ach, das wird ja. Das wird wieder sehr, sehr religiös. Ja, ja. So, kommen wir zu The Ones Who Live und da frage ich dich jetzt mal, was glaubst du, wie sieht denn da nach den ersten zwei Folgen der Rotten Tomatoes Score aus? Keine Ahnung. Ich verfolge ja sowas nicht, wie so Kritikerwertungen sind oder sowas. Ich habe mir tatsächlich die Serien-Junkies-Reviews durchgelesen und Adam Arndt war sehr begeistert. Der ist Comic-Fan auch und hat das Ganze gelesen. Das heißt, irgendwie sagt er, das nimmt das Universum ganz gut auf. Ich kann mir deswegen vorstellen, dass die Scores relativ gut sind, vielleicht sogar im niedrigen 80er-Bereich und zwar sowohl Kritiker als auch Zuschauer. Was wird, du wirst mich aufklären. Sitzt du? Ich sitze, ja. 90 Critics, 93 Audience. Wow. Okay. Wenn wir jetzt einen Score abgeben, wird das dann damit reingerechnet als Critics oder was? Ja, also ich bin schon überrascht, dass das jetzt so hoch ist. Also das, wann hat man das das letzte Mal bei einer Walking Dead-Serie gehabt? Also, erste Staffel Hauptserie. So irgendwas genau. Von daher, da bin ich schon ziemlich überrascht. Aber es kommt bei mir auch gut weg, um schon mal ein kleines Urteil vorab abzulassen. Ja, da können wir ja nachher nochmal drüber reden. Ich weiß, du lässt ja vorher nie was raus. Nein, natürlich nicht. Ja, da ist er wieder, der Andrew Lincoln. Andrew James Clutterbuck, wie er übrigens mit bürgerlichem Namen heißt. Da kann ich gut verstehen, dass man sich umbenennt bei Clutterbuck. Klingt irgendwie, ich hätte ihn aber ehrlich gesagt Clutterbuck einfach weggelassen und Andrew James genommen. Andrew Lincoln. Naja gut, wer weiß, vielleicht heißt sein Opa so oder so. Who knows. Der hat gar nicht mehr so viel gemacht seitdem. Ein bisschen Robot Chicken. Eine Folge 4, The Walking Dead. Dann war er in einem Film namens Beflügelt. Ein Vogel namens Penguin Bloom. Und dann hat er in einer Folge, da habe ich ihn dann jetzt glaube ich letzten Sommer oder so gesehen, von Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities gesehen. So eine Anthology, Twilight Zone, Mystery, Horror, bla. Ja, war okayisch, aber hat einen jetzt auch nicht umgehauen. Oh, jetzt ist er wieder hier. The Ones Who Live. Ja, hat sich offensichtlich gut ausgeholt, gut erholt, hat ja quasi den Schauspieljob so ein bisschen links liegen lassen, um sich vor allen Dingen um seine Familie in England zu kümmern. Das war auch der Grund damals, dass er aus The Walking Dead sich rausschreiben hat lassen. Ja, und jetzt sind wir wieder drin bei Rick Grimes. Ich habe Bock, ihn weiter zu verfolgen. Wie geht es dir da? War es ein schönes Gefühl, ihn wiederzusehen? Ja, absolut. Ich war am Anfang irritiert, weil ich dachte, er hat eine neue Synchronstimme, hat er aber gar nicht. Aber irgendwie hatte ich ihn so, weiß ich nicht, anders in Erinnerung, stimmtechnisch. Ich dachte wirklich, er hat eine neue Synchronstimme, aber ist nicht so. Ne gut, aber wenn man dich hört von der letzten Folge bis zu dieser Folge, dann würde man auch denken, du hast eine neue Synchronstimme. Touché. Okay. Und von daher, ich meine, er wurde uns natürlich, also, oder andersrum, sagen wir es mal so, das Warten hat endlich ein Ende. Nach all den Jahren des Teaserns und Nicht-Erfüllens war das jetzt wirklich mal ein durchaus befriedigender Moment. Und ich fand auch diese ersten beiden Folgen richtig gut, vor allem die erste. Die zweite nicht so, aber die erste fand ich wirklich richtig toll. Und weil es mal, ich finde, da ist allein in der ersten Folge ist das Worldbuilding endlich mal um 300 Prozent nach vorne getrieben worden, was The World Beyond in sechs Folgen nicht geschafft hat oder in acht oder wie viel diese langeweilige Sponzette da war. Und das, was wir da praktisch in der ersten Folge von The Ones Who Live erklärt bekommen und zu sehen bekommen, das war eigentlich mehr oder weniger das, was ich mir in The World Beyond erhofft hatte. Ja, du greifst natürlich jetzt sehr, sehr weit vor und du weißt, dass ich dir natürlich dazu jetzt noch keinen Kommentar dazu geben werde. Denn du hast da natürlich was vorbereitet. Ja, ich habe da natürlich was vorbereitet. Ich werde diese Episode nochmal zusammenfassen, aber ich möchte dir schon sagen, ich habe starke Meinungen zu dem, was du gerade da gesagt hast. Ja, fantastisch, fantastisch. Deswegen seid ihr ja hier, liebe Hörer. Ja, genau. Aber ich fasse jetzt gerne erstmal vielleicht zusammen, was in dieser Pilot-Episode denn passiert ist. In dieser Pilot-Episode, die heißt Years of Englisch, von The Walking Dead, The Ones Who Live, befinden wir uns zu Beginn in der Wohnung von Rick Rimes in der Civic Republic. Verloren und verzweifelt hört er einen Bericht über die Zerstörung von Omaha und Rick betrachtet dabei noch ein Bild von Michonne auf seinem iPhone und steht kurz davor, sich mit einer Glasscherbe das Leben zu nehmen. Aber es ist Rick Rimes. Letzte Sekunde entscheidet er sich deswegen auch dagegen. Danach ist in der Episode Flashback-Zeit. Wir reisen zurück fünf Jahre nach der Brücke. Rick, Pearl, Thorne und ein paar andere vom CRM werden in einen lichterloh brennenden Wald gesteckt. Wir sollen nämlich gegen eine Gruppe von brennenden Zombies, hier an dieser Stelle genannt Deltz, kämpfen. Unsere Truppe soll die Ernte retten, wird zumindest da vorgegeben, gesagt. Rick sieht eine Chance, zieht einen Houdini und versucht abzuhauen, indem er sich echt die Hand absäbelt. Brutal, aber der Fluchtversuch scheitert spektakulär. Nach diesen Ereignissen erlebt Rick dann immer wieder so einen beruhigenden, aber doch auch schmerzlich sehnsüchtigen Traum von einem völlig normalen Kennenlernen mit Michonne in einem friedlichen Park. Zurück in der Realität erwacht Rick in einem CRM-Krankenlager. Sein Arm ist erstmal versorgt und während Rick seine neue Realität akzeptiert und dadurch navigiert, werden er und Thorne von der CRM erneut in den Kampf geschickt. Diesmal um eine große Herde von Zombies zu beseitigen, die durch so eine Lücke in der Verteidigung drohen. Das ist allerdings ein sehr aufgestelltes Setting an dieser Stelle. Während des Kampfes rettet Donald Okafor Rick vor einem angreifenden Walker, was dann eine relativ komplexe Beziehung zwischen ihnen einleitet. Denn Okafor offenbart Rick, dass er aufgrund seiner Beziehung und seines Potenzials bevorzugt behandelt wird. Er drängt Rick, seine neue Realität zu akzeptieren und deutet an, dass Rick und Thorne für größere Rollen innerhalb des CRM vorgesehen sind. Währenddessen entwickelt sich auch noch eine Beziehung zwischen Rick und Esteban. Das ist ein mitkonsignierter quasi, der bald in die Civic Republic als Bürger integriert werden soll. Die teilen persönliche Geschichten und Perspektiven, was Rick im Endeffekt dazu bringt, über seine Situation nachzudenken. Durch Estebans Worte motiviert, besucht Rick Okafor zu Hause, um sich offiziell dem CRM anzuschließen. Okafor begrüßt ihn und enthüllt, dass er und Thorne für höhere Positionen innerhalb des CRM vorgesehen sind. Er sieht in ihnen die Führungskräfte der Zukunft, die das Potenzial haben, das CRM und vielleicht sogar die Welt zu verändern. Und wir haben einen leisen Klang von Revolution schon hier in dieser Szene. Rick wird außerdem mit General Beale konfrontiert, der subtile Fragen über Okafor und dessen Intentionen stellt. Und Beale versucht dabei, Ricks Treue und Absichten auszuloten, wirft dabei aber auch ein Licht darauf, dass im CRM durchaus irgendwelche intensiven Machtkämpfe brodeln mit Beale und Okafor als zentralen Protagonisten. Denn Rick hält sich da sehr, sehr stark zurück, irgendwas zu sagen. Die Episode erreicht dann einen kritischen Punkt, als Rick versucht, während einer Ressourcenbeschaffungsmission seinen eigenen Tod vorzutäuschen. Seine Pläne ändern sich jedoch, als er ein kleines Mädchen vor den Beißern rettet. Und dieser Akt der Menschlichkeit führt zu einer neuen Verbindung zwischen Rick und Thorne, als sie gemeinsam dann das Mädchen zurück ins CRM bringen und Rick dann natürlich auch nicht mehr flüchtet. Und in einer weiteren dramatischen Wendung entdecken Rick und Thorne die wahren Absichten hinter ihrer Rekrutierung durch Okafor. Sie sind nicht nur Soldaten, sondern auserwählte Führer, die das CRM von innen heraus tatsächlich revolutionieren sollen. Okafor teilt seine Vision und seine Erwartungen mit, offenbart dieses kontroverse A- und B-Klassifikationssystem, was wir auch schon aus der Hauptserie kennen, und legt die Geheimnisse des CRM offen. Und immerhin hat er für die geplante Revolution auch schon Opfer gebracht, als er als Bomberpilot eine dritte Stadt nicht bombardiert hat, sondern stattdessen 4000 Militärs inklusive seiner Frau getötet hat. Diese komplexe Dynamik zwischen Rick und Okafor erreicht ihren Höhepunkt in einer der letzten Szenen der Episode. Während sie zusammen mit einem Hubschrauber über die Landschaft fliegen, wird ihre Unterhaltung je unterbrochen, als ein unerwartetes Projektil durch das Fenster schießt und Okafor trifft. Und das Projektil, das Okafor trifft, explodiert. Und verursacht einen schweren Schaden am Hubschrauber und natürlich den Tod von Okafor, was zu einem Absturz führt. Die Episode endet mit der überraschenden Wiedereinführung von Rick und Michonne, nachdem Michonne als mysteriöse Angreiferin aufgetaucht ist. Die zweite Episode startet dann mit einer packenden und etwas verstörenden Szene. Eine Gruppe Walker zieht über das offene Feld. Unter ihnen ist ein Gasman, ein Walker beladen mit Benzinkanistern. Als auf die Gruppe geschossen wird, entzündet ein Geschoss den Gasman, was eine heftige Explosion auslöst. Dann, oder wahrscheinlich davor, treffen wir Michonne wieder, die Elle, die Anführerin einer Überlebendengruppe, kennenlernt. Michonne offenbart, dass sie vielleicht ihren alten Freund Rick wiederfinden kann. Sie hat nämlich zwei Mitglieder von Elle's Gruppe, Aiden und Bailey, geholfen und bittet nur um Unterstützung für ihre Weiterreise. Rückblendend zeigen uns Szenen aus The Walking Dead, wie Rick die Brücke sprengt und Michonne verzweifelt ist und später, wie Michonne auf Bloodworth Island Hinweise auf Rick findet und eben Aiden und Bailey aus Elle's Gruppe hilft. Und das hatten wir ja am Ende. Das waren die letzten Szenen von Michonne aus der Hauptserie, als sie Aiden und Bailey hilft und sich dann diesem Konvoi anschließt. Elle schätzt Michons Hilfe, möchte aber mehr über sie erfahren, bevor sie Hilfe anbietet und am liebsten möchte Elle Michonne bei sich behalten. Michonne besteht aber darauf, ihre Suche fortzusetzen und nach einigem Hin und Her darf sie gehen und nett, jemand aus Elle's Gruppe, bietet Michonne schließlich ein Pferd an. Michonne kann weiterhin nicht mit Judith kommunizieren und verlässt die Karawane von Elle's Gruppe, also mit neuer Ausrüstung und dem Pferd. Unterwegs trifft sie auf eine riesige Walker-Herde und wird durch eine weitere Explosion des Gasman oder das ist wahrscheinlich die, die am Anfang gezeigt worden ist, vom Pferd geworfen. Aiden, Bailey, Ned und eine kleine Untergruppe aus Elle's Gruppe eilen zu ihrer Rettung und die beschließen dann, zusammenzubleiben und setzen Nads Waffen ein, der ist nämlich nur so ein Sprengmeister, um die Walker-Herde aufzuteilen. Am Lagerfeuer sprechen sie über ihre Entscheidungen und Hoffnungen und Michonne betont nochmal, dass ihre Mission ist, Rick zu finden. Die Gruppe macht sich also auf den Weg zum Bridgers Terminal, dem einzigen Hinweis auf einen Verbleib von Rick, und durchquert verlassene Städte. In einer dieser Städte werden sie von einem CRM-Hubschrauber mit Chlorgas angegriffen. Ein Teil der Gruppe kann sich in ein erstaunlich gut erhaltenes Einkaufszentrum retten. Dort kämpfen sie ums Überleben und Michonne und Ned teilen weiterhin persönliche Einsichten. Nach einer Erholungsphase setzen Michonne und Ned als einzige Überlebende ihre Reise fort und erreichen schließlich das zerstörte Bridgers Terminal. Dort finden sie Leichenhaufen. Michonne muss sich also der harten Wahrheit stellen, dass Rick vielleicht tot ist. Am Lagerfeuer entscheidet sich Michonne nach Hause zurückzukehren, doch auf dem Weg sehen sie plötzlich einen weiteren CRM-Hubschrauber. Und mit Ned selbst gebastelten Explosionspfeilen schießen sie den Hubschrauber ab. Am Boden treffen sie auch CRM-Soldaten und Michonne entdeckt, dass Rick unter ihnen ist. Wieder Vereinigung, die ist süß, aber wird schnell von der harten CRM-Realität überschattet, denn Ned wird von einem sterbenden CRM-Soldaten getötet. Rick informiert Michonne über die gefährliche Situation bei der CRM. Sie müssen sich anpassen und überleben, während sie nach einem Weg suchen, zurück nach Hause zu kommen. Und dann sehen wir zum Schluss auch noch ein bekanntes Gesicht wieder. Jadis nämlich. Die konfrontiert Rick in seinem Apartment und droht ihm. Sie kennt Michons wahre Identität und macht deutlich, dass eine Flucht tödliche Konsequenzen hätte. Die Episode endet also mit Rick und Michonne, die sich einer unsicheren Zukunft stellen müssen. Das war verdammt viel Handlung für zwei Folgen, findest du nicht auch? Ja, finde ich auch. Sie haben auf jeden Fall sehr, sehr stark versucht, uns ein Worldbuilding zu geben. Du hattest am Anfang schon mal angedeutet, dass es bei dir gut funktioniert hätte. Inwiefern, wie ist das CRM bei dir rübergekommen? Also erzähl mal viel über das CRM. Naja, ich habe nicht gesagt, dass es bei mir gut funktioniert hätte. Ich habe nur gesagt, es ist definitiv viel mehr als X-Folgen Worldbeyond geschafft haben. Okay. Darauf können wir uns, denke ich mal, einigen. Das heißt, zumindest mal sind ein paar Dinge, die ich ja in den letzten, ich weiß nicht, ob das jetzt in der Daryl Dixon oder in der Dead City oder auch davor war. Es war ja durchaus so, dass es mir langsam so ein bisschen auf den Keks ging. Das habe ich ja, glaube ich, mehrfach gesagt, dass ich auch mal wieder funktionierende Zivilisation sehen möchte, weil ich es einfach nicht glauben kann, dass nach zwölf Jahren oder noch länger Zombie-Apple-Clipse einfach keine Normalität zumindest hier und da einzieht. Und die wurde mir jetzt hier in, wie heißt deren Stadt? Omaha? Nee, Omaha ist die andere. Das wäre Pennsylvania. Sie nennen es aber jetzt einfach Civil Republic. Genau, Pennsylvania aka Civil Republic. Pittsburgh oder so weiter. Ich glaube, ja. Das kann ich ja durchaus hier jetzt endlich mal erkennen. Jetzt, der hat eine Wohnung. Das hat man ja alles so in die World Beyond auch so mal ein bisschen angedeutet gekriegt. Die waren ja, ich glaube, in World Beyond waren die in, die waren in Philadelphia, glaube ich, oder? Ah, ich kriege es gar nicht mehr zusammen, wo die auf dem Uni-Campus waren, die Mädels. Ich meine, die waren irgendwo im Norden, aber es ist ja auch... Seattle, whatever. Und von daher jetzt weiß man auch endlich mal, was A und As und Bs sind. Wie lange hat man damit rumgehampelt? Ja, all die Jahre lang wusste man nicht, was da ist. Immer wurde man auf falsche Fährten gelockt. Ich glaube, sie wussten es einfach selber nicht. Die Auflösung war natürlich dann relativ banal. Und ich denke auch, man darf keine weiteren Gedanken daran verschwenden, weil das, glaube ich, einfach in der Realität so krass einzuteilen einfach nicht funktionieren würde. Und vor allem, weil man ja auch merkt, man kann das System relativ leicht austricksen, wenn man halt ungefähr weiß, was man da so sagen muss. Trotzdem fand ich es einfach mal etwas anderes. Es war mal nicht alles kaputt. Es war nicht jedes Mal die gleiche Landstraße durch den gleichen Wald. Und von daher hat es mich ehrlich gesagt durchaus abgeholt. Aber vielleicht ist es auch einfach nur endlich in das Loch gefallen oder hat das Loch gefüllt, das da einfach seit Jahren offen rumliegt. Also die visuelle Abwechslung, da gebe ich dir vollkommen recht, die gab es heftig. Ich finde, dass es ganz, ganz anders aussieht und in ganz, ganz vielen Teilen eben auch uns suggeriert, dass wir irgendwas im Hintergrund haben, was eine funktionierende Gesellschaft sein könnte. Ich würde aber jetzt dir doch deutlich widersprechen, dass wir das schon sehen. Also ich habe das Gefühl, dass wir, wir sehen einmal diesen Park und wir sehen vielleicht, dass die eine Wohnung haben. Aber da haben wir ja fast im World Beyond mehr gesehen. Also wenn ich mir an dieses Campusleben, wenn ich mich daran erinnere, wo auch schon einige Wohnungen zu sehen waren, erinnere ich mich an irgendeine alte Frau, die da irgendwie sich zombifiziert hat, obwohl das Leben vorher eigentlich ganz gut funktioniert hat. Die ist halt einfach in ihrer Wohnung gestorben. Also da haben wir ja schon bestimmte Ansätze gesehen. Naja, aber es sind dann solche Sachen, es sind dann solche Sachen wie zum, dass ich zum Beispiel jetzt mal auch ein Gefühl für die militärische Stärke des CRM kriege, indem ich halt mal deren Fuhrpark sehe. Ja. Indem ich einfach die Hubschrauber mal sehe und so weiter und so weiter. Also ich kriege da jetzt schon, also jetzt bitte nicht falsch verstehen, das war jetzt, weiß Gott, nicht How to do Worldbuilding 101. So weit würde ich auch nicht gehen. Aber mit all dem, was ich halt vorher schon so an Bits and Pieces bekommen habe, war das jetzt halt der größte, das größte Stück, das irgendwie noch gefehlt hat. Und jetzt kann ich mir so ungefähr einen Reim draus machen. Ja, also das wäre jetzt mal ein zweiter Satz gewesen. Wir sehen wirklich eine sehr, sehr große militärische Präsenz. Und da kann ich schon irgendwo verstehen, dass man da vielleicht Bock hat, sich anzuschließen, wenn man das Gefühl hat, man kommt nur mit militärischer Präsenz in dieser Welt weiter. Auf der anderen Seite habe ich gerade nicht das Gefühl, dass ich weiß, wie ein, warum ein normaler Mensch, der irgendwie einfach nur ein normales Leben haben möchte, warum der sich diesen ganzen Qualen aussetzen sollte, um zum CRM, um in das CRM eintreten zu können. Also zum Beispiel die Motivation dieses Freundes von Rick hier, Esteban, die ist mir gar nicht so klar. Also das ist ja eine relative große Qual, um überhaupt im Civic Republic als Bürger integriert zu werden. Und dann, ja, dann hast du diesen Park und du weißt, okay, ich bin hier sicher, weil rund um mich herum ist dieses unfassbare Militär, die mich in irgendeiner Weise schützen. Aber eine grundsätzliche Sicherheit zu erreichen, ja gut, das haben wir in der Hauptserie auch fast nie gesehen. Das stimmt schon. Aber irgendwie, ist das hier, reicht das? Nee, für mich hat das schon funktioniert. Denn schau mal, dann hat er was Eigenes. Dann hat er sein Jodel-Diplom. Ja, und auf dem Level hat das bei mir funktioniert, dass die halt in die Bs einfach nur die Leute, die Duckmäuser sind. Also die halt machen, was sie sagen und die halt eben für eine gepflegte, für eine geregelte Mahlzeit halt auch diesen Aufstieg in Kauf nehmen. Nimm es, keine Ahnung, wie die Beamten bei den Nazis, ich habe nur Befehle ausgeführt. Ja, aber das Beispiel ist ja gar nicht so schlecht, weil im Endeffekt haben wir hier natürlich irgendwie eine faschistische Diktatur, die hier ausgeübt wird. Und die, ja, also die Migrationsbehörde quasi, die Migrationsbehörde hätte hier quasi die größte Macht, um zu sagen, okay, wer darf hier rein und wer nicht. Vielleicht, vielleicht sind diese sechs Jahre oder so zu lang. Ja, vielleicht bist du darüber gestolpert, dass man halt sagen würde, okay, come on, sechs Jahre. Also da bin ich auch so ein bisschen so, ah, sechs Jahre, ah, okay. Ja, oder ich bin noch darüber gestolpert, dass ich einfach zu wenig gesehen habe. Also ich habe jetzt nur diesen Park gesehen als lebenswertes Leben. Und alles andere ist für mich einfach nur Militärschüssel, bei dem ich irgendwie das Gefühl haben könnte, okay, wenn ich vorher zehn Jahre lang in der Hölle gewohnt habe, wo ich denke, boah, ich wünsche mir einfach nur Sicherheit. Ich will Sicherheit und deswegen ist mir Freiheit völlig egal. Dann könnte ich das vielleicht verstehen. Also dementsprechend die Motivationslage dieser Leute kann natürlich eine ganz andere sein als meine. Aber grundsätzlich interessiere ich mich jetzt gerade gar nicht für das CRM, zumindest für das Leben. Also es wäre für mich völlig unattraktiv, diesen Prozess zu durchlaufen. Aber ich habe ja auch nicht die Motivationslage, weil meine Sicherheit ist ja größtenteils gegeben in dieser Welt. Ich fand da viel eher, dass ich mit dem Ucker vor so ein bisschen ein Problem hatte und seiner Motivation. Also so wie ich das verstanden habe, hat er ja, also man muss dazu sagen, also Rick hat viermal versucht abzuhauen. Ja. Da habe ich mir schon gedacht so, dass sie überhaupt vier Versuche durchgehen lassen. Ja. Das war so ein Ding, wo ich dachte, okay, vier Versuche. Und dann haut er also viermal ab, ist definitiv renitent. Eigentlich ein klassisches A, so in deren Logik. Also hätte er ja schon längst entsorgt werden müssen. Und dann kriegt er es trotzdem bei seinen oberen durch, dass er ins Militär aufgenommen wird. Das war für mich so ein bisschen der Knackpunkt. Hätte man so ein Rick Grimes irgendwie gebrochen, um ihn dann da gefügig zu machen, dann hätte ich das irgendwie eher verstanden können. Aber dieser Rick Grimes ist auch nicht gebrochen. War die Logik nicht, dass Oka vor ihn als so starken A sieht, dass er ihn als B tarnt, um im Endeffekt die Revolution von innen des Civil Republic anzuführen? Ja, aber das ist aber ganz schön viel Annahme von dem Oka vor. Also da hätte man ihn ja schon nach dem ersten Fluchtversuch mal ansprechen oder nach dem zweiten, aber nach vieren. Also da hätte ich eher halt eigentlich gedacht, naja, das ist jetzt außerhalb seiner Gehaltsklasse über Rick Grimes zu richten, wenn einer viermal abhaut. Ja, ich finde es auch relativ vage, was Oka vor überhaupt will. Also der, ich kann schon verstehen, er ist irgendwie Bomberpilot und er hat irgendwann gesagt, hör mal, dieses Militär, das ist nicht das, was gut für die Menschen ist, was die hier machen. Also die bombardieren hier eine Stadt nach der anderen beziehungsweise ich muss eine Stadt nach der anderen bombardieren. Und das kann ja nicht der Sinn irgendwie fürs Gemeinwohl sein. Das heißt, Oka vor hat sich dann irgendwie so versucht, gleichzeitig hochzuarbeiten und sich in die Stellung zu bringen, um dann irgendwann zu sagen, ja, was sie hier als große Gemeinschaft aufgebaut hat, das ergibt irgendwie schon Sinn. Aber wir müssen es, keine Ahnung, demokratisieren? Oder was will er überhaupt? Also er will irgendwie was verändern. Er will diese Militärherrschaft vielleicht irgendwo brechen. Auf der anderen Seite ist er ein hoher Militär-Dude. Also sehr, sehr unklar. Vielleicht will er auch einfach nur Kalif werden anstelle des Kalifen. Du meinst, er will Beal stürzen, also diesen General. Das kann schon sein. Und ich glaube auch, dass General Beal allein schon wegen der Besetzung, das ist, wie heißt er nochmal, Terry Gillian, heißt er so? Ich meine ja schon. Terry O'Quinn. Terry O'Quinn, genau. Genau, den kennt ihr aus Lost. Genau, und aus Star Trek. Genau, Terry O'Quinn. Allein wegen dieser Besetzung glaube ich schon, dass General Beal eben der große Bösewicht im Endeffekt sein wird, den wir hier irgendwann besiegen müssen. Aber ja, Okafor's unklare Motivation führt mich zu einem größeren Punkt, den ich gerade an dieser ersten Folge kritisieren möchte. Und deswegen bin ich da überhaupt nicht auf deiner Seite, dass diese erste Folge vor allen Dingen auch besser war als die zweite und irgendwie so unglaublich gut war. mir hat sie echt nicht gut gefallen. Und das hat einen ganz klaren Grund. Ich finde die unglaublich kompliziert erzählt. Ja, das stimmt. Also wir springen. Unnötig kompliziert auch. Ja, völlig unnötig kompliziert. Also die Handlung ist nämlich gar nicht so breit, wie ich es jetzt irgendwie versucht habe. Doch, also ich habe versucht, irgendwie diese Handlung einigermaßen zusammenzukürzen. Es waren ja auch immer wieder diese Unterbrechungen durch diese Traumsequenzen, bei denen ich irgendwie gedacht habe, ja, okay, dass das irgendwie ein Hoffnungsbereich ist, habe ich jetzt schon relativ früh verstanden. Aber was wollt ihr mir denn noch erzählen in diesen Traumsequenzen? Warum verbringt ihr so viel Zeit in diesen Träumen von Rick, wie er Michonne im Park trifft? Und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Dann Okafor, der immer wieder Andeutungen macht. Das hatte irgendwie fast was von modernem Theater, dass ich irgendwie das Gefühl habe, die schreden völlig aneinander vorbei und versuchen sich hier mit Andeutungen gegenseitig irgendwas mitzuteilen. Dann auch komische Zeitsprünge, in der Rick erst mit Esteban am Wasser sitzt, dann plötzlich mit Biel im Wasser sitzt. Und wann kommt eigentlich was? Und das ist auch Biel mit seinen ständigen Andeutungen. Also ich fand, hier war irgendwie kein Gespräch wirklich konsequent als richtiges Gespräch angesetzt, sondern immer so große Andeutungen. Ja, wir wissen ja schon viel mehr übereinander, als wir jetzt eigentlich sagen. Und das, was wir wissen, das sagen wir, aber jetzt in diesem Gespräch nochmal nicht. Dann wieder Zeitsprünge, dann Traumsequenzen. Also ich hatte wirklich Schwierigkeiten zu checken, was die mir hier wirklich erzählen wollen, abseits der Story. Und auch die Einführung von Thorne, Pearl Thorne, fand ich relativ dünn, weil ich überhaupt nicht genau weiß, in welcher Beziehung jetzt Rick und Pearl Thorne zusammenstehen, inwiefern da auch eventuell eine emotionale Beziehung zu ist, dass er mit Thorne irgendwie durch das Feuer gehen würde. Welche Funktion hatte denn Thorne überhaupt, die ständig dabei ist? Also das fand ich sehr, sehr kompliziert erzählt, für eigentlich eine relativ banale Story. Da gebe ich dir recht. Aber das ist ja das, was Walking Dead schon immer sein möchte. Schlauer, als sie eigentlich sind. Ja, das stimmt. Und durch solche, da habe ich mir auch gedacht, so eine Texttafel wäre echt cool. Und dafür gibt man sich auch als Regisseur nichts, wenn man da mal kurz einblendet, drei Jahre früher, fünf Jahre später. Das hat nichts mit, im Gegenteil, es lenkt mich ja dann sogar ein bisschen vom Folgen der Handlung ab, wenn ich erst noch zusammenklauben muss, wer ist denn das? Und dann ist natürlich mein Gesichtsasperger, also mein Latent ist wieder voll eingeschlagen. Denn bis ich gecheckt habe, dass das Michonne ist, hat ein bisschen gedauert. Ja, okay. Also bei mir braucht man halt auch nur, sag ich mal, so signifikante Gesichtsmerkmale verändern. Also keine Ahnung, du rasierst dir jetzt den Bart ab, und ich sehe dich im Supermarkt, ich würde dich wahrscheinlich nicht sofort erkennen. Weil auf einer Fetcon würde ich dich erwarten, da würde ich sagen, ach guck mal, hast du dir ein Bart abrasiert, aber wenn wir uns irgendwo in, was weiß ich, in Bad Zalz-Ufeln im Supermarkt zufällig treffen würden, würde ich dich nicht erkennen. Da bin ich grottenschlecht. Okay. Oder was weiß ich, die haben immer eine Hornbrille getragen, auf einmal tragen sie Kontaktdinsen. Ach, verstehe. Da bin ich völlig raus. Und von daher war so mein Gedanke, ach guck mal, Rick Grimes hat halt auch nur einen Frauenbeuteschema. Ich hatte irgendwann gedacht, ach so, Moment, ach so, ach so, das soll ein What-If sein. Okay, verstehe. Okay, aber das ging wahrscheinlich nur mir so. Forever Nerd Girl Anja erkennt ja auch Menschen in krassesten Verkleidungen und Prothesenkostümen und keine Ahnung was. wo ich hier auch überhaupt nicht mehr erkennen würde. Also von daher, da ist halt jeder anders. Aber da war ich so ein bisschen raus. Aber ich, wie gesagt, das ist einfach das, da möchte Walking Dead einfach schlauer sein, als es ist, glaube ich. Und natürlich war dahingehend die zweite Folge mehr straight forward. Genau, die ist relativ straight erzählt. Und da fand ich auch, also ich fand die alle nicht so besonders sympathisch, auch Ned nicht so besonders sympathisch mit seiner ständigen Zickerei gegen alles und jeden. Kann man irgendwo verstehen vielleicht, aber ja, keine Ahnung. Auch Els Motivation, also von die Anführerin dieser Riesengruppe, die da den Track gemacht hat, habe ich nicht so hundertprozentig verstanden, was sie jetzt im Endeffekt wollte, weil sie irgendwie dafür, mich schon zu gewinnen, dann doch irgendwie zu böse war. Und was, also war mir relativ unklar. Ist aber ja auch egal, weil sie spielt ja dann keine Rolle mehr, weil diese Teilgruppe sich abspaltet. Was für mich relativ gut funktioniert hat, war dieser Chlorgas-Angriff. Ich kann nämlich gut verstehen, wenn das CRM irgendwie Spione überall hat und sich anguckt, ah, wo sind denn Gruppen, die uns irgendwo gefährlich werden können, dass sie dann eine Gruppe, in der Ned mit seinen großen Fähigkeiten und auch Michonne irgendwie unterwegs sind, dass sie die dann bombardieren, wenn sie dem CRM grundsätzlich zu nahe kommen. Das kann ich eigentlich relativ gut verstehen. Und ich fand die Szenen mit, also eine der grausamsten und emotional aufwühlendsten Szenen, die ich lange Zeit in The Walking Dead gesehen habe. Also diesen Chlorgas-Angriff, den fand ich schon relativ heftig. Wie ging es dir? Ja, doch, allerdings, der hat mich so ein bisschen an meine Bundeswehrzeit erinnert, denn ich war ja bei der ABC-Abwehrtruppe. Und so ein Chlorgas-Angriff wäre also genau in unser Arbeitsbereich gefallen. und die Versorgung der Verletzten und Verwundeten. Und hier schon mal kleiner Tipp für euch, falls wir euch Duschen geschickt hätten, also das wäre wirklich eine Selektion gewesen, duschen oder nicht duschen. Und duschen ist gleich, kannst du ja auch gleich einen Strick nehmen. Denn da ist nicht mehr viel zu machen, wenn du duschen kannst. Es ist reine, um dich zu beruhigen und für die Physiologie, um ein bisschen Ruhe in einer panischen und verletzten Zivilbevölkerung zu haben. Das Zeug kannst du nicht abduschen. Das bringt leider nichts. Aber du fühlst dich halt leider etwas besser dann. Und ja, also von daher war das ein bisschen, war das habe ich durchaus, auch von der Wirkweise her, gar nicht mehr so unrealistisch. Richtig fies ist Esslost. Da wirft deine Haut auch noch Blasen. Das ist ein richtig fieses Zeug. Da ist ein Chlorgas fast noch nett dagegen. Also da gibt es schon richtig miese Sachen. Ja, also ob man es dann jetzt mit einer großen Sauerstoffflasche wirklich beheben kann, sei es drum. Das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Ich bin um kleine andere Sachen gestolpert. Zum Beispiel, dass Rick, wenn er sich die linke Hand abhackt, gar keinen Hubschrauber mehr fliegen kann. Du brauchst nämlich die linke Hand, ich glaube für die Schubkontrolle. Also du brauchst auf jeden Fall, wenn du einen Hubschrauber fliegst, beide Beine und beide Hände. Du hast in der rechten den Steuerknüppel, in der linken hast du, glaube ich, die Höhen- oder Schubkontrolle, weiß ich nicht genau. Und mit den beiden Füßen musst du auch irgendwie das Seitenruder oder sowas. Also du brauchst auf jeden Fall alle Extremitäten. Zumindest meine Blackhaut. Kannst du die mit der Prothese, mit der Prothese kannst du die nicht bedienen? Ich glaube, da fehlt dir das Gefühl. Ich glaube, da fehlt dir das Feingefühl. Also vielleicht, mein Gott, Rick Grimes kann natürlich alles. Aber das war halt so die eine Sache, wo ich würde sagen, nein, er kann nicht fliegen, das geht nicht. Da bin ich so ein bisschen rausgekommen. Wobei dann der Kill-Off von dem Ocker vor drastisch und etwas unerwartet kam. Das habe ich nicht kommen sehen. Und natürlich sind diese ganzen CRM-Soldaten auch schon ein bisschen Stormtrooper-mäßig. Also die treffen nichts und halten nichts aus. Aber okay, das muss halt dann so sein. Sie sind schon konsequent darin, Leute zu töten. Also ich meine, sowohl Ned war Hauptcharakter dieser Michonne-Folge, als auch Okafor war Hauptcharakter dieser Rick-Folge. Und die dann beide irgendwie am Ende der Folge zu töten zu lassen, fand ich schon relativ überraschend. Jetzt ist natürlich, also ich meine, damit ist ganz klar, dass der Fokus hier ganz klar auf Rick und Michonne liegt. Und Jadis vielleicht dann auf der dunkleren Seite steht und da im Endeffekt dann General Beale dann der Hauptgegner ist. Wie hat dir das gefallen, Jadis wiederzusehen? Also wenn Jadis Jadis-Sachen macht und mit Jadis-Frisuren Jadis-Dinge Jadis-mäßig in die Gegend guckt, dann brauche ich sie nicht. Weil dann ist sie so ein bisschen wie Captain Phasma, ja, in den Star-Wars-Sequels so irgendwie so dick aufgebaut und dann kann sie gar nichts und macht gar nichts. Vor allem, weil du ja dann mit, ich weiß gar nicht, General oder Admiral oder Präsident hier, Elizabeth Kublai, da von Julia Ormond gespielt aus World Beyond, die ist ja eigentlich die Chefin vom CRM. Und ich bin mal gespannt, ob wir die noch sehen. Deswegen habe ich mich so ein bisschen, also ich habe mich gut unterhalten gefühlt, aber bei manchen Sachen habe ich mir gedacht, okay, warum führen wir jetzt diesen Beal ein? Wir haben doch eigentlich mit der Kublai schon jemand, der die Rolle eigentlich auch übernehmen kann. Also man führt da Charakter ein, die man irgendwie so gar nicht, wo ich nicht weiß, okay, wo führen die hin? Vielleicht war ja auch Julia Ormond zu teuer und man bringt die nicht zurück, weiß ich nicht, kann ja natürlich auch sein. Von daher muss ich mal gucken. Aber du hast natürlich vollkommen recht, in dem man jetzt in dieser ersten Folge wirklich alle Sidekicks gleich weggekillt hat. Und ich gehe auch davon aus, dass man den Esteban irgendwann noch vom Galgenbaumeln sieht, weil er natürlich erwischt wurde oder es rauskam, dass er dem Rick geholfen hat. Das ist natürlich ziemlich sicher. Von daher, ja, die werden da keine weiteren Charakter dann zulassen. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Es kann aber natürlich so sein, dass dieser Julia Ormond-Charakter irgendwie das Zivile kontrolliert und keine Ahnung, irgendwie sowas für sie Präsident ist. Hatte ich jetzt aber nicht das Gefühl, um ehrlich zu sein. Weil sie ist... Vielleicht mal das ganze Ding irgendwie sehr militärisch ist. Aber es kann ja sein trotzdem, dass General Beale im Endeffekt dann der höchste Militärtyp ist und Julia Ormond vielleicht die gesamthöchste Chefin vom CRM. Das werden wir ja noch irgendwann erfahren, wie die grundsätzliche Herrschaftsstruktur da ist. Also ob das jetzt eine reine Militärdiktatur ist oder ob es da irgendwie noch eine Zivilregierung gibt oder sowas. Keine Ahnung. Um nochmal zu Jadis zurückzukommen. Ich hatte bei Jadis wieder denselben Vibe wie bei The Walking Dead. Nämlich, dass ich die Motivation von Jadis einfach überhaupt nicht verstehe, weil sie so schräg ist. Und das ist hier schon wieder der Fall, dass sie sofort so schräg ist. Und ich denke irgendwie, ja, die hat sich jetzt dieser Organisationsstruktur übergeben. Vielleicht war sie auch niemals raus, weil in The Walking Dead kannte sie ja auch schon die A- und B-Einsortierung. Aber warum? Also was will Jadis? Wer ist Jadis? Was hat die für Interessen? Was hat die für Hobbys? Also ich verstehe Jadis nicht. Und da kann ich dann wenig mitfiebern irgendwie bei so einem Charakter, der irgendwie shady in der Ecke sitzt. Böse Kommentare irgendwo gibt und nie so klar ist, warum denn überhaupt Jadis handelt. Das weiß ich nicht. Vielleicht kommt da noch mehr. Naja, das kann ich dir sagen, wer Jadis ist. Jadis heißt eigentlich Olga Priolowska ja und hat früher am Broadway in einem avant-gidistischen Kleinkunsttheater gearbeitet und hat dort permanent ihre eigenen Choreografien aufgeführt. Da wurde sie aber von den einschlägigen Journalier des Feuilletons völlig zerrissen und aus Hass gegenüber der Welt macht sie jetzt das, was sie tut. Erst hat sie sozusagen im Schrottplatz das Ganze nochmal nachgestellt mit ihren Tanzbarkeiten, aber damit ist sie jetzt nicht weiter gekommen. Und jetzt hat sie sich gedacht, komm, dann erhöhe ich eben das System von innen aus. Künstlerin, also okay, das kann ich verstehen, weil die verstehe ich auch nie. Und ihr Ziel ist es natürlich, aus dem CRM eine ganz große Broadway-Show zu machen. Ja, okay. Wenn das dann im Endeffekt die letzte Folge von The Ones Who Live eine Musical-Folge ist, dann nehme ich das auf jeden Fall. Das ist kein Problem. Ja, genau, die letzte Folge ist eine Musical-Folge. Darauf läuft alles hinaus. Ja. Zweite Folge, ne, also ich, zweite Folge fand ich dann, oder andersrum, sagen wir es mal so, fandst du es okay, dass sie Folge 1 Rick gemacht haben, Folge 2 Michonne gemacht haben? So, dass wir jetzt in Folge 3 von, glaube ich, 10, von 6 Folgen, oder 10 von 6 Folgen, genau. Also zur Halbzeit haben wir sozusagen, dann sind wir, sollten wir dann wirklich mitten in der Story dann sein. Ich gebe zu bedenken, dass die zwei anderen Spin-Offs auch sehr lange gebraucht haben, den ganzen Kram aufzubauen und dann waren nur noch zwei Folgen übrig. Oder anderthalb. Ja, wofür eigentlich, ne, also der Weg sollte natürlich das Ziel sein und der Weg als Ziel hat mir hier in Nummer 2 besser gepasst als in Nummer 1. Das siehst du ja ein bisschen anders, aber das ist ja kein Problem. Ich sehe die ganze Zeit im Hintergrund, dass das ja eigentlich drei Filme sein sollten. Und dann glaube ich, dass hier Folge 1 und 2 der erste Film gewesen wäre und dann vielleicht auch ein bisschen verschachtelt erzählt worden wäre. Also, dass die Geschichte von Rick und die Geschichte von Michonne irgendwie relativ parallel gelaufen wären und wir dann im Endeffekt quasi eine Kulminierung gesehen hätten bei diesem Hubschrauberflug. Das hätte vielleicht für mich sogar ein bisschen besser funktioniert, wenn das ein bisschen miteinander verschachtelt geworden wäre. Andererseits hätten wir dann halt, wenn das jetzt verschachtelt in diesen beiden Episoden erzählt worden wäre, hätten wir für die erste Episode keinen Klimax gehabt. Deswegen kann ich schon verstehen, dass sie es so gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Dass bei beiden irgendwo der Klimax am Ende war, wobei der Chlorgasangriff war ja auch schon sowas wie ein Höhepunkt. Ich kann es verstehen. Es hat für mich aber gerade die erste Folge halt schwächer gemacht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, richtig Handlung wird hier gar nicht erzählt, sondern mehr so Fragmente, wie denn im Endeffekt das gekommen ist, was wir am Ende sehen. Und das war nämlich schon anders. Da sehen wir wirklich Handlungen, die erzählt wird, die im Endeffekt auf diese Situation mit dem Hubschrauber hinausläuft, weil sie greifen ja den Hubschrauber vor allen Dingen deswegen an, weil vorher von einem anderen Hubschrauber dieser Chlorgasangriff da entstanden ist. Sonst hätten sie ja vielleicht nicht diesen Hubschrauber sofort abgeschossen. Das fand ich dann als Motivation schon ganz klar. Bei der Rick-Folge war es für mich eher so ein fragmentarisches Erzählen, das glaube ich besser funktioniert hätte, wenn es eingebunden worden wäre in die Gesamthandlung. Das heißt in einen Film, der dann irgendwie, keine Ahnung, anderthalb Stunden gedauert hätte und für beide Episoden quasi zusammengefasst wären. Du bist halt einfach auch kein Freund von Traumsequenzen und von Rückblicken. Nein, ich hasse Traumsequenzen. Ich finde immer, dass Traumsequenzen ein, also in den meisten Fällen ist es ein offenbarungseil des Regisseurs, der sagt, okay, ich kann eine Motivation eines Charakters nicht erzählen, außer dass ich eben ihm eine Traumsequenz gebe. Das ist etwas, was wir normalerweise niemals sehen würden, sondern nur im Film sehen und dann denke ich irgendwie, das müsstest du eigentlich auch anders erzählen können, zum Beispiel im Gespräch. Aber dann hat es offensichtlich nicht dafür gereicht, ein sinnvolles Gespräch zu schreiben. Ja, wahrscheinlich. Ich habe mir bei dem Schauspieler vom Net, Matthew Jeffers heißt der, hat noch keinen allzu großen Track Record, der war mal in der Blacklist, war mal in einer FBI-Folge. Da dachte ich mir nur so, ach guck mal, den hätten sie auch ehrlich gesagt auch perfekt als Tyrion Lannister besetzen können. Gegen der Nase dann quasi. Genau, richtig, weil das ist ja eigentlich sowas, was man bei Peter Dinklage immer gesagt hat, er hat ja gar nicht die Tyrion Nase, er hat sie von Haus aus, da habe ich mir das gedacht, wäre vielleicht auch eine ganz gute Besetzung gewesen. Den fand ich aber, und du hast es gerade eben gesagt, wie auch die anderen, ich konnte halt, also diese Folge hat es nicht geschafft, dass ich jetzt sonderlich mit denen bonden konnte. Mit diesen vier, mit diesen, wie ist sie, El, Ned, Bane, Aiden und Bailey, genau. Genau, und das kann man auch emotional schwerwiegender erzählen. Da ist einfach mein Goldstandard, ich wiederhole mich da gerne, die ersten 15 Minuten von ab, deutsch oben. Kannst du dich dran erinnern, wo die Liebesgeschichte, und das ist für mich der absolute Goldstandard, wie man innerhalb von ganz weniger Zeit den Zuschauer völlig reinzieht und diese kleine Lebensgeschichte da einfach in 15 Minuten erzählt und du bist halt sofort drin. Und das kann man schaffen, haben sie nicht geschafft, weil dieser Ned auch, du hast es schon gesagt, ein bisschen nervig war irgendwie. Seine Bomben-Skills sind auch ein bisschen overpowered, wenn du mich fragst. Ja, finde ich auch. Okay, das war ganz witzig mit diesem Raketenabschuss-Ding da auf der Schulter, aber das war schon ein Ticken overpowered. Die Bilder waren dafür durchaus beeindruckend, dann wie sich also vor Michonne die Walker-Welle wie vor Moses teilt, da haben wir sie wieder, die theologischen Anleihen. Das war natürlich ganz, ganz geil gemacht, aber das ist halt auch wieder so ein, die Walker funktionieren jeweils immer so, wie das Drehbuch es halt braucht. Ja, das wird sich auch nicht mehr ändern. Genau, das wird sich nicht mehr ändern. Wenn man jetzt schon 300.000 Folgende Walking Dead geguckt hat, dann fällt einem das irgendwann auf. Aber ich fand, es sah auch alles gut aus. Es war, also es ist jetzt, ich sag mal so, für Walking Dead-Verhältnisse sah das sogar ziemlich gut aus. Diese Matte-Paintings und so, die waren wirklich okay, die stanken nicht so ab, wie das gerne mal schon öfters mal der Fall war. Man hat sich auch kaum irgendwelcher Tier-Libraries bedient und so, also das war schon so weit erstmal in Ordnung. Ja. Production-Value fand ich auch sehr, sehr hoch, hat mir gut gefallen. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, dass man die Zerstörung von Omaha nicht so richtig gezeigt hat, sondern lief sie im Fernsehen oder was? Keine Ahnung, man hat es auf jeden Fall nicht so richtig gezeigt. Und da habe ich mich erinnert, haben die das nicht in World Beyond quasi schon gezeigt, diese Bombardierung von Omaha? Hätten sie nicht diese Szenen wieder benutzen können? Jetzt musst du mir gerade mal helfen. War Omaha die Stadt, aus der die ganzen, nee, stopp, Moment. Die World Beyond Mädels, aus welcher Stadt hauen die nochmal ab? Aus, wir hatten es gerade vorhin gesagt, die... Das war so ein Campus. So ein Campus. Ja, das war keine der drei CRM-Städte. Genau, aber sie wollten zu einer dieser drei CRM-Städte gehen. Und dann hat das CRM sie rausgefunden, rausgekriegt, hat so getan, als wir holen uns rein, eben aus der Doktrin raus, alle, die uns gefährlich werden können, machen wir platt. Ja, genau. Genau, so. Da kann ich mich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr daran erinnern, was bei World Beyond war. Ich habe auch gerade nochmal mit Schrecken festgestellt, dass das ja insgesamt 20 Folgen waren. Jesus. Ja, ich meine, dass wir in irgendeiner Serie, ich habe das Gefühl, dass es in World Beyond war, aber wir haben irgendwo gesehen, wie eine Stadt bombardiert wird. Vielleicht war es auch in Fear the Walking Dead ganz am Anfang. Nee, das habe ich nicht gesehen. Okay. Ich meine auf jeden Fall, dass es eventuell noch Omaha war. War das nicht das Ende von Staffel 1 in World Beyond? Weiß ich nicht mehr genau. Aber es war auf jeden Fall nicht die Campus-Kolonie, sondern es war irgendwie eine große Mauer, die dann an der Stelle bombardiert wird. Oder ich habe es geträumt, aber ich wüsste nicht, wie ich darauf, warum ich das träumen sollte. Deswegen, keine Ahnung. Also, ich meine, dass wir es gesehen hätten. Egal, ob wir es gesehen haben oder nicht. Ihr wisst das ja da draußen bestimmt, liebe Hörer, korrigiert uns, nehmt die Hände wieder von der Stirn und schreibt lieber uns eine Mail an info-at-neudizismus.de oder eine WhatsApp und korrigiert uns, bevor ihr euch jetzt wieder aufregt. Ich kann jetzt gerade nochmal sagen, ich habe es gerade nochmal kurz herausgefunden. Ja, Omaha war 100 Meilen entfernt von der Campus-Kolonie, war 10 Mal größer als die Kolonie und wir sehen Szenen, wie Elizabeth Kublaik auf einem Hügel vor Omaha steht und dann diese Mauer beschossen wird. Genau, okay, aber das waren dann andere Bilder. Also, das war dann anders. Das war nicht die Szene jetzt in der Nacht. Ne, genau, es waren andere Bilder, aber man hätte sie ja durchaus nochmal benutzen können irgendwie. Dann hättest du dich ja beschwert, dass sie die alte Scheiße wieder recyceln, ja? Nein, ich habe gar kein Problem damit, dass sie die alten Scheiße recyceln an der Stelle. Jetzt sind wir sowieso schon explicit. Also kein Problem. Aber also dann, wenn es die Szenen gibt, dann sollen sie sie auch irgendwie nutzen, finde ich. Weil ich hatte jetzt auch gar kein Gefühl dafür, warum Omaha denn überhaupt gefallen ist. Ja, wobei sie dann irgendwann sagen, ja, der schwächste fliegt quasi im CRM. Tja, ich bin gespannt. Also sagen wir es mal so, ich bin halt grundskeptisch, wie das jetzt hier weitergeht, weil die letzten Spin-Offs und so weiter haben mich jetzt halt alle auch nicht so abgeholt. Ich bin aber optimistisch, dass ich durchaus jetzt einfach mal, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, man hat auf das Fan-Feedback durchaus gehört und möchte jetzt so ein bisschen mal Fleisch an den Knochen geben. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich hoffe es, dass da ein bisschen was rauskommt. Gerade ist mir noch aufgefallen, die nächste Folge heißt ja Bye. Und sodass die ersten drei Folgen zusammen den Satz geben, Years Gone By. Ja. Das liebt ja auch Scott Gimple, glaube ich, solche durch Episodenfolgen, also Episodentitel irgendwie Sätze zu bilden. Und dann geht es weiter mit What We Become für den nächsten zwei und The Last Time, dann mit der letzten Folge am 31. März. Also es geht da durchaus jetzt ein bisschen Schlag auf Schlag. Das wird natürlich im Deutschen nicht transportiert, denn da heißt der Satz dann jetzt, Zeit vergangen kehrt nicht wieder unser Handeln. Aber okay. Gut. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass das vielleicht... Offensichtlich nicht. Schade. Schade, ja, allerdings. Wenn euch das allerdings heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da und gebt uns Feedback. Zum Beispiel als WhatsApp an die 01525964 7709. Eine E-Mail an info at nerdizismus.de oder natürlich auf nerdizismus.de einfach kommentieren. Dann würde es mich nochmal freuen, wenn wir uns sehen am 20.04. im Rabbit Hole Theater in Essen zu Nerdizismus Live. Der super tollen Megashow mit Papa Basti als Gast und dem Chris von Last Geek Tonight mit mir zusammen als Host. Und im Anschluss gibt es eine schöne Party. Das wäre natürlich fantastisch, wenn wir uns da sehen und auch fantastisch ist es, wenn ihr zwar nicht kommen könnt, aber dafür vielleicht bei iTunes oder Spotify oder Podcast Addict ein Review da lasst. Das hilft einfach ungemein, damit mehr Leute vom Nerdizismus Virus angesteckt werden. Ja, Andreas, dir vielen Dank für diese launige Stunde, die wir wieder hinter uns gemacht haben. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin zuversichtlich. Und dann würde ich sagen, dann schauen wir uns mal Folge 3 und Folge 4 an und dann werden wir wieder drüber sprechen. That's right. Ich freue mich drauf und ich würde sagen, bis in zwei Wochen. So sieht's aus. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion des Podcast Imperiums.